Herzlich willkommen, liebe Berlin-Touristen, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist der 1. Mai und ganz klassisch der Tag für politischen Protest. Dabei wissen viele gar nicht, wie man richtig politisch protestiert. Wichtig sind dafür vor allem folgende Dinge. Schwarze Klamotten, Faust in der Luft und der richtige Protestruf. Und hier kommen die Top 3 der Radio 1 Protestrufe. Nummer 1. Ho, ho, Halt, Spiel, zeig! Ho, ho, Halt, Spiel, zeig! Radio 1 Protestruf Nummer 2. Hoch die internationale Getränkequalität! Hoch die internationale Getränkequalität! Und Nummer 3, der wichtigste aller Protestrufe, quasi die Mutter aller Protestrufe. Und der geht so. Hö, ho, 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 ho Vielen Dank.